du 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 moin Leute was geht ab kommt zu einer neuen Folge pokémon strahlender Bux jemand loohol letzte Folge haben wir den Stahl Röder Typ aus Spacer geschissen ordent eingeschnappt und ja alter 80.000 euro weil sie ordnung alle einfach verrostet jungen jetzt war ginko und nicht wieder hey es ist ja der miniorten eine leistung sagt wie du bist konntest du ebenfalls nicht speziell zu werden auch wenn du natürlich kommen meine chance hast es hat nichts werden ich bin ich ja lecker zu aber egal los auf die bibliothek wieder reinlaufen einfach krank alter bibliothek alter mein lieblingsort das haben wir deckenholenregal sind vollgestoppt mit büchern hätte ich nicht gedacht ich habe augen ich habe fucking augen natürlich wieder streber schüler kind hier alles gut aus hier geht es lang oh hi alles gut ob ich habe alles gut verhergebracht wie das wochen also bin ich erst wieder weg ich habe den telefon gut und wir sind alle hier dann schickt mir mal bitte eure volle aufmerksamkeit womöglich habt ihr es längst wieder vergessen aber wie ich euch gegenüber erwähnt hatte was sich der wickler von porsche man doch die länger ich vorstelle ist zu mehr fahren und rückzukommen auf ob man diese entwickeln und solche die es nicht tun alles scheiße muss ich sagen was unterscheidet sie voneinander keine ahnung aber ich habe mich einfach zu viele drucken genommen entwickeln sich jene die als lebewesen nicht ausgereift sind zu ihren falschen längeren formen und was ist damit der längere pokémon die sich bekanntlich nicht entwickeln es ist an ihm dass diese pokémon quasi verkommen sind genau hier kommt ihr ins spiel jetzt habe ich eine bitte an euch an jürgen der drei seelen von Sinus soll ich jeweils einen sagen hören warum wir das pokémon erleben wenn wir da zu diesen pokémon sammeln könnte uns das vielleicht aufschluss über den prozess der entwicklung geben doch mit diesen unterfangen wir auf die helfe von jedem einzelnen von euch angewiesen und da helfen wir die dringenden wohnenden pokémon zu finden den hey momentan da habe ich denn kein pokodex da wärst du bitte stehen durch den labor gerannt als wäre eine erde taurus hinter ihm her bevor ich ihn den pokodex geben konnte aber das ist längst schnie von gestern es ist sommer um ein guter trainer zu witteln ist es mindestens ganz wichtig pokémon mit seinen eigenen augen zu sehen sie glänzt sich voll und kannst auf mich verlassen der professor arsch so fühlen sich auch die seiten des pokalex und ihre forschung kommt einen guten schritt voran dass sie mir helfen würde stand eigentlich auch gar nicht zu der worte aber egal alter da es in drei seelen gibt und dir praktischerweise zu dritt seid würde ich mich aufzeigen damit sich jeder einen seh freuen kann Lucius du gehst zum seh der koksheit als gustav möchte dass du zum seh der stecker gehst dann musst du doch die sache und so ne kacke machen und so bleib für uns gustav noch nicht zu der kühnheit wenn ich mich nicht in die irre legt als die scheide Atombombe ist dies vorbei sei dort umgelitzt lass uns draufste gehen ja der eine Packer juckt einfach gar nie die denkt und alle so ah na 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 ich so deine jetzt hingehen los ja tschüss weil die story ist teilweise einfach nur scheiße alter wieso haben sie es immer noch nicht geschafft so einfach so kleine kinder einfach alles abziehen alter ich verstehe auch immer noch nicht da verstehe man nicht wieso sie da kommt immer noch kein eigener ort ist alter das ist hier so 1000 km stadt größte im fucking gefühlten game und die schaffen immer noch nicht diese kacke einfach als ort zu machen musste auch so oft hin und scheiß kacke weise weg oh nein oh nein die die armen kam er dort die armen niggis alter hey willst du stress? willst du kämpfen? ich weiß echt nicht was dieser hua und über machen alter umwerfen ja ich werfe dich gleich du scheiß kapperdos auf den boden oh ja guck doch oh mein gott wer ist das wieder als grotte die mission läuft wie am schnürchen da wird der boss sehr froh sein alles für alle und das meiste für team galaktik dich kenne ich doch das kind das ihm ewig genau in unser gebäude eingeschlichen hat das sollte sich schämen dass sie von deinem Balken in die knie zwingen lässt hier dass team galaktik ihren weg scheint muss die konsequenzen zu spüren bekommen er spült jetzt die konsequenzen von diesem terroranschlag nimm dieses ding und sieht es aus der existenz oh mein gott er darf er zurück rufen aha komm so, gib mal richtig net oh shit das ding ja trocken halt mach halt eisstrahl ooooh oh so da so da was mit was für taktik kämpft dieser huan bitteschön hier ja wir haben so ein kuppel ja er kann tanken ooo oh ooooh alter er wurde so hart zerstört du bist stark jetzt verstehe ich wie du uns solche video substanzisten kannst 3000 euro alter let's fucking go ok jetzt hinden wir mars und was ist echt waterboarding keine ahnung let's go alter what Hans Gustav, gut, dass du hier bist. Mein Gott, der kann auch gar nichts. Oh, Doppelkampf, Doppelkampf. Der Sude nimmt die jetzt auseinander. Der Sude, sehe. Usch, das sieht so an, sieht das feige aus. Lerke. Was habt ihr überhaupt eine Chance haben? Die Glocke haben gerade so hart auf der Fresse, das ist einfach unglaublich. Oh, das erste Mal, dass das Gift. Danke schon dafür. Einmal nicht vorne, die sofort vergiftet. Die hassen mich. Komm, Niki, ich schneide ihn um. Die sind so lame, Alter. Die sind einfach so lame, Alter. Soll ich verschiedene Taktik angreifen? 5.000 Pokonos mit dem Haushund und 24.000 Pokonos mit dem Haushund? Und 24.000 Pokonos mit dem Haushund? Und 24.000 Pokonos mit dem Haushund? Was ist das für eine Taktik? Was ist das für eine Taktik, Alter? Und Wett. Dein Arm blickt weg, schlimme Erinnerungen. Ich meine den Vorfall beim Wildkraftwerk. Deinetwegen habe ich die ganze Menge Ärger bekommen. Was siehst du mich so verwundert an? Du lässt es noch nicht mehr, oder? Du lässt es sich doch an mich, oder? Ah. Da will ich dein Gedächtnis mal auf die Sprunge helfen. Ich bin Mars. Wie ist die so glücklich jetzt? Hä? Wie ist die so glücklich jetzt auf einmal? Was ist das? Ein Commander von die Galaktik. Stark und wunderschön zugleich. Ich will dich für den See vergraben gehen. Was hast du hier zu suchen? Willst du etwa die Held spielen und deinen Freund retten? Das ist nicht, Freude. Das ist irgendein Bekannter, dass ein Dad mich jede zwei fucking Sekunden abfuckt, weil der Busch wartet, Alter. Hilfe. Lass ich nicht nachher. Keine Schocks. Ich werde es dir schon zeigen. Sheesh. Nicht. Wenn das fetische Ding reinkommt, dann wird Niki anfangen. Mache Niki einfach einmal,дел Mal na Kampf. Egal. Niki vermτάzt mir die, w tussen выroduk. Niki verm cambiar. Damn ее. Me dejohr. Rçaiska someone? Let's go it's good. Verdient. Gejated. Immer und immer wieder. ist tot verdient immer und immer wieder 3.300 euro let's go also ich werde mit reich da ist schon wieder gegen dich verloren der ist beim kraftwerk und jetzt hier haben sie der wahrheit ein kommand von schimpelachtig darfst du entfernen nicht zweimal unterlaufen ja ab tschüss f***dich das ist doch ja was für uninteressantes alter ich verstehe ja die gleichlichkeit also das legenda pokémon vom see der kühner entführt halt ab dass eine gruppe kriminelle aufgenommen alle und alle effektiv umgebracht doch was ist mit der stärke und sicherheit ist fliegen wir müssen jetzt dahin aber leute aber würde ich sagen wenn ich diese vorgefeiert wird hier vor der schmutzung bei otto eine voltkette mit zu bekommen da ist rot tschüss